Hallo und herzlich willkommen zu North and South mal wieder. Ja, ich weiß, ihr habt es schon lange nicht mehr gesehen, aber ich bin jetzt wieder aktiv in meinem Regiment, hab heute schon einige Leute wieder zusammengetrommelt und bin stolz auf jeden, der hier ist. Und ja, als erstes Mal möchte ich auch hoffen, oder ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder andere von euch, der mal mit dem DL10 Amplionic Wars hat, bei diesem Regiment hier mitmachen würde. Okay, gut, also dann würde ich sagen, hipp-hipp. As information for everyone, I will record this, so please don't say any racist shit. We are confederate. They have to be racist. Yeah, if you are playing in rule, then you have to be quiet, then you can say whatever you want. Or think, because you are not allowed to say anything. Press only C when you hear the command. Why are we now on the Union Army TS server? Why are we now on the Union Army TS server? And our servicetown, kind of. Ah, okay. It's hacked again. User left your channel. That was the Union. Who left? I don't know. Kevin. Oh, I don't know. King, 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 KKK and Nick is gegangen. Hey, that's not. I'm not allowed. No. I don't know. Who is at the right? Kevin was at the right. It's just that they are going, but not out of which channels they are going. There, guys. Prepare to hold. That means, yeah, hold. Also, bereit man zum halten and hold. You'll get pushed out of the line. About your face. That means, turn around, okay? Over the right shoulder. Over the right shoulder. For much. Beep, beep. Okay, guys. We will go in our first fight right now. Ah, no. All enemies are dead. Too bad. They are retreating, they are retreating. Oops. Now, a question for us. We have a question for you. Is the charge still allowed, right? Uh... Yes, it is. Exactly. Yes, it is. Okay. So, um, yes, when the charge is the charge, that means you have to hit the opponents and not your own. Okay? So, spread out and charge the enemy. Fire at will. Attention. Guys, attention. You needn't fire immediately. You can just take it a while until firing. The enemy, the sharpshooter is on the hill. They have to be killed. Yeah, enemy is on the hill. Charge them. They want to flee, but kill their horses. Come on, guys. Forward. Dixies are dying in front. Up front. Oops. Okay. Cease charging. Cease charging. Cease charging. Come back to my position. I'm the officer with the sword. Sword. Enemy cannon in firing range. What kind of accent is this? Dirt. I don't know. American, maybe. So, form line. Guys, come on. Form line. Don't reload. Don't reload. Just form the line and move. Get him. Tip, Exactly. roll aanger. Up to the hurling stop. Up to the hurling stop. Number one turns. lean enough. �� like a antigon. Markthorne. Gritar positions. Okay, prepare to hold… Hold. Reloading. Hang on. Hey, Yannick. Yes, please. I'm just here here. Und der Drückungsfeuer nicht zu vergessen. 10 Punkte für das Zettel. 10 Punkte für das Zettel. 10 Punkte für das Zettel. Und 10 Punkte für das Best-Wat. Aber ich habe eine Sache vergessen. Es gibt auch noch 100 Punkte dafür, um Ende vom 15. Alabama zu sein. Es gibt jeden... 1.000. Ja, stimmt. Tut mir leid. 2.000 am Doppel-XP-Wochenende. Wie lange wird das eigentlich gehen? Until all Unions are dead. So, not very long. 3x. 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 4x. 5x. 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 4x. 5x. 5x. 6x. 6x. 3x. Hast du noch jemanden? Ja, Marius. Dann hat er nicht DESERVE to leben. Er war der Cannonball mit seinem Kopf. Nico, was machst du? Everytime the same. Okay, ja. Okay, ich denke, Mencher... Ja. Mencher, ja. Ich denke, wir sind wirklich 15, oder? Ja, wir sind 15. Haha. Okay, now we're ready. Wir sind mehr als die Hälfte der Konföderation. Oh man. User entered your channel. Gute Chancen für die Konföderation noch zu gewinnen, ne? Schlechte für die Union. Oh man, mein Scheiß-Internet. Oh mein Gott, Scheiß-Formation. Okay. Auf links, 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 links. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sind schließlich auch sonst ein Sauhaufen. Prepare to hold and hold left face. Ah. Wait, 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 wait. Don't fire. Okay, left face bolt. Oh, nice. Okay, now. Enemy sharpshooter. On the hill. Nice. And fire will go. And. Without. Attention. Loll? 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 Ja, kein Wunder, der Ping ist bei 150. Ich hab den Typen abgestochen, dann war er einmal vorbei und dann bin ich tot umgekippt. Ja. Bei mir ist er auch einfach durch meine Bayonetten durchgeritten. Fuck. Nice, you can do it. Ihr müsst viel zu früh zustechen, Leute. Ja. Nice work. Du könntest aufs Pferd steigen, ne? Ja. Stimmt aber. So. Töte ihn! Aber ich hab da kein Schwert mehr. Ah, klar. Das war aber knapp. Ja. Ähm. Ja, ne, der Server ist voll. Ja, dann warten. Okay. Ja, ich weiß, was ich meine. Oh, Mann. Warum ist der Nackampf so langsam? Hi Ping. Ja, schon wieder bei Lutz, gelern uns bei mir. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Wow. To defend against a riding horseman. Attention, attention behind you. To defend against the riding horseman, you have to hit way too early. Yeah, good one. What the fuck? What the fuck? How is it possible to kill the horse and the one killing the horse? That's not possible. Ja, ähm, nein. Er hat das Pferd getötet und dann hat der Raiter ihn getötet. Das ist eigentlich auch von der Gameplay. Ja, but the moment... The moment the horse is dead, it dies. Ey, weil... Wenn der Raiter fällt, kann er nicht zuschlagen. Und wenn man tot ist, kann man das Pferd nicht töten. Das war eine völlig unmögliche Situation. Ja, gut, guys. Good work, guys. Good work. Yes. You could do well. Yeah, it's okay. For the first month, it's very good. They have to join.